So, ich hole Katsumida wieder, sie ist innocent. Haha, was hat das denn? Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town. Mit dabei, der ist Smiley. Hallo. Teddy Gunn. Hallo. Vivi. Hi. Katsumida. Hi. Ataboom. Ich bin der Schuldirektor. Sonic. Schnoinsen. Flutterfighter. Glaube ich nicht. Und Los Velo. Moin. Mein Name ist Flaik und ich gebe die Runde frei und viel Spaß. Danke sehr, nett von dir. Oh nein, Sascha ist gegangen. Ich habe hier einen Finanzierer auf der Map, wer ist das Schoolhouse? Nee, Klasslos. Klassrooms. Ja, fast. Was war denn das hier? Ach, da soll das hier drin sein, danke? Was denn? Nee, ist irgendwie was hier aus? Ja. Ich weiß auch nicht. Gewitterierung. Geh dich schon wieder, ein Launcher? Nee, schmeckt nicht. Was ist denn hier schon wieder passiert? Smiley war's. Nein, ich weiß nicht. Sonic. Oh, hier liegt ein Toter. Ja, der ruft mich zu. Äh, und? Das hat sich gerade in Labo verwandelt. Das war aus der Trailer Farbe? In so'n... Hey. Oh. Oh. Hey, hey, hey. Sorry, 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 sorry. Da hatte ich gerade... Du schießt auf den Deeter? Nee, 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 nee. Ja, ich weiß es noch. Das war jetzt echt verseht, ich meine... Hier liegt ein Madam Launcher. Äh, es... Na, wie ist das? Raus hier, raus. Die W ist das, der hat einen Deadringer und ist gerade vom Haus gefallen, hat zwei Schaden bekommen dadurch und dadurch wird der Deadringer ausgelöst. Anweisung, das Volleyballfeld ist nicht zu betreten. Die Leiche ist weggeploppt jetzt wieder, ja. Ach ja, äh, ja. Was? Was ist denn hier? Hier hat ein Volleyballfeld. Da ist eine Traitorfalle. Oh, ich hab einen Melon Launcher, ich kehre euch jetzt alle. Oh, ich hab einen Melon Launcher. Ja, die ist auch schon ausgelöst. Boom, 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 boom. So, ich hole Katsu Midavina, sie ist in uns. Was ist das denn? Was hat das denn? Ey, ich hole sie erst aus der Lava raus und sie spawnt in der Lava. So tritt Smiley, nein. Was denn? Das ist doch gar nichts. Sorry, Katsu. Smiley, 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 Smiley. Smiley, darf ich nicht rein. So, geht das wieder weg hier. Granate. Wow. Gehen wir mal auf ein anderes Wasser. Ah, es juckt. Ja, deine Nase juckt, ja. Dein Johannus mal soll. Ja, einmal im Jahr kann man das ja. Warum einmal im Jahr? Na, zu Weihnachten. Nur wenn du Sex hast, also nie. Alter, warum klebt ihr mir denn alle am Aar? Ey, hab dich erst gar nicht bemerkt. Ich wollte dir nur gucken, was so schönes in den Kisten ist. Als wenn es dir auch Loot geben würde. Na, ich hab Hunger. Ich suche heute eine Küche. Es gibt einen Sonic-Saison. Ja, wir gehen. Geh weg. Oh, hier liegen ja Leichen. Jo. Ich hoffe, wir sind alle in den. Einer davon ist ein Traitor. Wo? Die Viva-Traitor. Ach, wirklich? Oh. Bist du eigentlich gerade in die Lava reingelaufen? Hallo? Würdest du mich verarschen? In die Kamera denn? Der ist einfach in die Lava reingelaufen. Wow. Okay. Und da rum? Okay, ich versuche es. Nein, der hat einen Mail. Der hat einen Dead Ringer. Oh, ich hab. Gerade. Der hat so eine Leiche in die Lava reingeworfen. Nee, ich bin außen reingelaufen. Ich wusste nicht, dass die aktiviert wurden. Ja, scheiße. Ach so. Ach klar, das hat ja keinen Schaden. Äh, wenn du, wenn du jetzt nicht... Nee, genau, deswegen. Ich bin weder bin ich erschrocken. Ich lebe, ich sterbe, ja! Ich will nicht mehr. Er lebt in mir. Der E-Werste. Bei mir sah es noch so aus. Du stehst auf und... Ja, also ich bin auch zu nah an der Lava gewesen. Deine Lige. Nee, das ist ein Striker. Bum! Es ist ja dunkel hier. Hallo, Arthur. Wie geht's dir, Arthur? Scheiße, du bist bei mir. Hey, komm schon, was hab ich denn dich getan? Du hast eben, als ich Däther war, schon versucht, mit mir zu kuscheln. Wie gesagt, dazu nur nur Homo. Flatter, lass mich auch wo, du bist auch mit dem Trailer. Nicht, nicht, komm, nicht, komm, nicht, komm Flatter, zurück! Er soll ja auch nicht kommen. Hallo, das kann er aber seiner Freundin machen. Er ist drauf, er läuft einfach mittendurch. Wollen wir irgendwo Sauna machen? Atta ist, glaub ich, gerade gestorben? Nein, das war nur der Disco, die mich geschleidert hat. Ja, bei mir auch. Oh, Flatter, das war so schlau! Ach, wenn ich hier schon alles anzune, mach ich auch mit. Inzi, an dem Tisch hier, renn, renn weg! Hier vorne, irgendwo. Einer ist gestorben, oder hat sich geheilt? Ja, so hast du dich gerade geheilt. Hä, ich? Nein. Heute gibt's flammierten Tisch. Dann ist gerade jemand gestorben. Da liegt eine Bombe, Bombe, Bombe. Wo? Wo? Ich hör's piepen, irgendwo. Ja, wo? Er ist ein Smiley, der piept in deinem Kopf. Er ist oben auf dem Dach. Ich bin gerade hochgegangen, von der Leiter neben dir links. Dann geht's gleich hoch, da wo ihr nicht die Bombe hören könnt. Entweder aufs Dach oder im Haus, irgendwo. Ich denke, war eher im Haus. Wenn ihr die Bombe nicht hört, dann ist es in Ordnung. Ist nicht schlimm. Beruhigend. Ach, die war außen, okay. Sicher? Okay. Irgendwas, außen, hinten auf dem Dach oder sonst irgendwo. Ich hab auf jeden Fall nicht in Ordnung und oben auf dem Dach gewesen. Aber hier war da nicht eine Tote. Dete? Nein, nein, sie ist halbtot. Wer ist halbtot? Ein Flutterfighter. Kannst du... Äh, äh, geh weg hier. Sie Flutterfighter? Ja, das war die Bombe. Äh. Kannst du... Ich hab noch mal Dete dazu gerufen. Ich bin hier runter. Ich bin hier runter. Ja, da kriegst du aber keine DNS raus, weil er durch die Bombe gestorben. Nee, aber darum geht's ja gar nicht. Aber sie können ihn ja wiederbeleben. Hä, komm mal hier. Ach doch. Sag mal, warum folgst du mich? Warum denn nicht? Hilfe. Hilfe. Okay, unten mit einer Galide. Dibi. Wie viel Trade haben wir eigentlich? Keine. Zwei. Drei oder zwei? Nee, zwei. Oh, hält ich mir nicht an. Oh, der gibt mir keine Cola, dieser blöde Automat. Oh, oh, mein Hex. Ja. Ja, ist das... Fisch ist... Nein. Arterbom. Doch, warum hat sie denn er erschossen? Ich hab keinen erschossen. Hallo, ich hab eine Pistole in der Hand. Hat niemand? Einer schossen. Kannst du bitte aufhören, Arter? Identifizieren mal. Komm. Auf. Wow. Wo, welche? Wie soll ich identifizieren? Welchen, welchen? Welchen, welchen? Welchen? Ich bin was denn? So, ich, ich hab gesehen, dass du ihn erschossen hast. Ja, dann guck doch mal nach, was da ist. Das, Alter, was da steht, dass er mit der Garnil erschossen wurde. Und ich hab nur den Diegel. Alter. Jones. Ja. So! Tür zu! Lost Devil! No 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 no! Ich, ich bin's wirklich nicht, ich bin Midnight. Ja, ich bin auch, äh, Detective. Mhm. Ja. Nein. Doch. Jetzt hätte ich gewechselt. Lost Devil. Lost Devil, okay. Sag ich doch. Oder sagen wir doch. Tot. Und Atapum. Nein! Na klar, Atapum und Lost Devil. Mann, die Scheiße! Aber ich hätte wirklich nicht geschossen. Ja, ich hab ja, du standest nebenbei, deswegen. Ich hab Lost Devil nämlich, einer schießend hin und du standest nebenbei. Keine Ahnung. Ja, aber das ist okay. Ich hab doch keine Automatik genommen. Ich gucke, ob da keiner ist, weißt du? Als ich das gemacht habe. Kommt die Leiche einfach mal neben mich geflogen. Kommt die Leiche, geflogen. Setz dich nieder auf Kasischof. Was? Warum auf meinem? Ja, weil du jetzt heute als Frau hier die Mutter unserer Idioten bist. Ja, als ob ich hier alleine hier als Frau bin. Ja, da ist keine andere da. Ja. Achja, Queen ist ja weg. Aber nein, will ich nicht. Will ich nicht. Schämst du dich für uns? Schämst du dich für uns? Schämst du dich für uns? Ich wäre dann anstrengend. Lost. Ich kenne dich. Bam, 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 bam. Soll ich die Sniper spielen? Oder die Framshotger? Sniper doch mal mit der Grover. Da schießt denn da? Für Sniper habe ich momentan eine USP. Oh, oh, ich leh. Schieb mich nicht. Ach so. Lass die Kisten da stehen. Ah, Smiley, er lacht mir. Das waren deine Umzugskartons. Smiley schießt auf mich, Smiley ist Twitter. Nein, ohne angeschautes Sekundärwasser. Und Detective gleichzeitig. Ja, der kommt hier oben, der bringt ja immer gar nichts. Sorry, ich weiß die Detective nicht. Wenn ich tot bin, lebe ich nicht mehr. Ach. Alles klar. Das ist aber scheiße. Was hab ich los? Das ist meistens unnützig. Geh da auf. Hallo, Lost. Na? So, weil du deinen Scheiß dahin gemacht hast, komm ich da nicht mehr runter jetzt. Danke. Oh, hallo. Wo wollen wir denn hingehen? Warum freigst du mich denn so? Geh doch spielen. Komm, ich guck dir zu. Ja. Kommst du denn mit auf die Rusche? Nee, komm, du schaffst das. Soll ich dir helfen? Soll ich dir hochhelfen? Irgendwo hat jemand geschossen mit der Bomke? Geh mal ruhig vor. Du hast doch geschossen. Nee. 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 Nee, wenn das kaputt ist, dann will ich eh nicht. Nee, wenn hier keiner zuguckt, dann mach ich das nicht. Alter. Komm schon. Du willst doch spielen. Alter, wie viele Leute hier sind. Zeig uns das Kind. Oh, oh. Oh, das ist erregend. Alter. Komm runter. Alter. Oh, du bist so stark. Alter. Äh. Draußen ist draußen AK. Hast du? Machst du das? Geh weg. Flight gemacht. Was passiert jetzt hier gerade? Ich weiß es nicht. Hunter Interest tot. Ja, ich hab Flight gemacht. Er hat auf mich geschossen. Ich hab noch 15 Lift. Äh, Live. 15 Lift heute. Kannst du dich heilen, Teddy? Ich überleg's dir mal. Ich hab mich getötet. Auf die Knie. Auf die Knie. Ich hab nichts. Ich hab nichts zum Heilen. Ich hab nichts rausgekriegt. Plasma. Plasma. Das ist praktisch. Ähm, ich schmeiß jetzt hier den Planerloch rein. Warte mal. Warte mal. Ich mach nichts, keine. Ich bin harmlos. Ja, ja, Flatter. Ja, drehe mir einmal den Rücken zu und ich, äh... Äh... Ja, ich helfe dir. Ich überleg mir noch kurz was, was ich mit dir mache. Ich zwinge dich, ein Buch zu lesen. Geil. Hammergeil, juhu. Hammergeil, äh... Hm... Atta! Hallo! Atta! Oh, hier sind tote... Ach ne, der ist schon... Oh, hier ist ne lebende Leiche! Scheiße! Was, es gibt lebende Leichen? Ja, kennst du dich nicht? Nee. Scheint so. Aber schön hier ne Insti fallen lassen, ja, ja. Geck! Wach! Klar, du mein Wach! Wer will hier beispielen? Was denn? Huch? D... Huch! Huch... Da kommt er auch runter! Geh, doch. Suck, Huch! Huch, Huch! Huch! Huch, Huch! Huch! Ich bin nicht wohl hier mit dir! Oh, no, 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 no... Oh, nee! Das war jetzt wirklich nicht mit Absicht, kein Witz, das war jetzt wirklich nicht mit Absicht. Oh Gott, Herzenfuck meines Lebens, ich wollte nur so gucken, kann nicht sein, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Also doch. Was? Jetzt doch, ich hab dir vertraut, ja. Ja, wirklich aus Versehen auf dich geschossen, das war kein Witz. Unglaublich. Unglaublich, naja, naja. Ach ja, naja. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Oh Gott, das ist peinlich. Und? Ah, scheiße, mit Shotgun, oh in der Küche. Nein! Jawoll. Warum kurz bist du schon gestorben? Ich hab Atta aus 20cm in Entfernung zweites Arschloch geschoben, er hat sich einfach gewagert um zu fallen. Und Smiley ist nicht in der scheiß Melleng gestorben, die hab ich hier gefeiert. Und wie lange du gebrauchtest, um meinen Namen zu zeigen, ich dachte, warum sagt der meinen Namen nicht? Ja, wenn ich das vorstelle ich gepeilt hab. Ich hab's gar noch gesagt, bist. Ich dachte, er so eben bei Teddy, ey, das gibt's doch nicht. Weißt du, ich töte Flype und er knallt mich ab. Hallo? Ich hab das am Twitter aufgehoben und so. Alter, wo geht mir die denn ab? War schon geplant. Ja, aber das hättest du mal anklagen sollen. Also, ich töte dich wieder oder so. Weil, wenn du mich schon wiederholst und sagt, wenigstens Atta ist da und war inno oder sowas. Du hast mich auch nicht mehr identifiziert. Du hast mich auch nicht mehr identifiziert. Ich geh mal bitte in mein Büro. Wir haben mir was zu klären. Hallo Atta. Bitte treten Sie ein. Nein. Oh nein. Jetzt geh ich weinen in meinen eigenen Raum. Wer hier reinkommt, der stirbt nicht. Ey, geh weg, Flatter. Das ist mein Büro. Hier, da, dein Niveau. Und mein Niveau ist hinter dieser Glastür. Ey, willst du mich jetzt... Ach komm schon, das ist jetzt uncool. Geh die Glastür in den Keller. Bitte schön. Wir fahren. Alter. Ach, komm schon. Wow. So geh. Was ist das? Nee, jetzt die... Oh Gott. Geh weg. Nein, das war nur... Für mir war es nur eine Dingsner Raum. Geh weg, lass mich da. Nein, wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Oh, yeah. Jetzt klatsche voll gegen die Wand. Und... Alter, wie viele, die hier sind. Es ist hier wieder gekommen, zusammen. Ja. Ja. Jetzt soll ich... Äh, geht gleich los, die... die Stunde. Wenn der rote Punkt so auf dem Kopf ist, das... Reiz so abzudrücken. Wer ist denn das, der Teddy, hast du? Flatter! Wie geht's dir, Teddy? Komm, wir gehen. Ist alles in Ordnung bei dir. Oh, gut. Na? Was sind alle deine Lebenspunkte? Ey, gut geschossen. Äh. Ich hab auf die Tafel geschossen. Auf die Tafel? Alter! Was war dat denn? Bombe! Dann entzündet er sich jetzt selber an. Ich hab... Nein! Äh. 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 Schlatter! Lebst du noch? Ich leb noch. Äh! Es sieht aus, ob du brennen müsstest. Es brennt noch vor dem Schreibtisch. Hier ist jemand tot. Ach, Stevie. Irgendwo ne Bombe. Soll ich hier halt vorne. Am Eingang. Seville. Die Farbe ist wo? Zu vorne. Äh. An der Glasstür vorne. Der Eingang. Ah, okay. Dann geh ich mal weg. Ja, eben. Deswegen geh ich ja gerade hier richtig. Oh, das ist ein Klassenzimmer. Hab ich jetzt erst gesehen. Oh Gott, Alter. Boah, Alter. Bei mir draußen blitzt grad richtig. Aber das sind keine Blitze. Alter, was war dat? Alter, was war dat? Richtig klar. Richtig heller. Ja, was denn? Okay. Alles wird gut. Ist aber voll hell. Machst du, räum nicht mein Büro aus. Ey, komm, räum. Das räumst du jetzt alles schön wieder rein. Das ist ja nicht dein Büro. Räum das wieder ein. Das ist mein Büro. Hast du eine Bombe ja wieder mitgenommen, oder was? Ich weiß einfach auf den Boden. Meine Frisse. So in der Unordnung, ey. Oh. Teddy? Räum das wieder ein. Wo waren denn die Schüsse da eben? Einräumen, hallo. Äh, okay. Einräumen, los. Anfangs, einräumen. Hatta ist Traitor gewesen. Was hast du da? Nein. Hatta war Traitor. Und hat Kasumila getötet. Der wollte gerade mit dem Messer, mit dem hier, ähm, wollte er gerade die Identität klauen. Wirst du? Ja, alles. Komm. Identity. Kann ich nicht benutzen. Okay. Ungweilig. Das ist ganz schön. Ganz schön, äh. Du wart, würde ich sagen. Jo. Na ja, dann. Gehen wir mal Nr. 2 suchen. Hat jemand getrunken? Ja. Und gegessen. Entweder in den Klassenzimmern oder beim, beim, äh. Ich glaube oben auf dem Dach. Ich bin oben auf dem Dach. Jo, oben auf dem Dach. Ja. Ich guck. Ich bin oben auf dem Dach. Ich bin oben auf dem Dach. Der ist immer wieder runtergegangen. Oder? Muss nicht. Kann auch sein, dass er da hinter der Kiste sitzt und gerade Sandwiches snackt. Ja. Neee. Hat man nur ein bisschen gehört. Smiley ist es. Smiley. Ich hab nen Traitor gekillt. Warte. Scheiße. Ah, der hat einfach angefangen auf mich zu schießen. Okay, dann könnte es noch Sonic oder Flutters sein oder Teddy. Negativ. Ihr seid zu, äh, 3 könnte es noch sein. Ich habe die ganze Zeit in meinem Raum gechillt. Ich habe nichts gemacht, ich habe mir alles nur angehört. Bestimmt war die ganze Zeit im Traitershop, weißt du? Meine Mama war im Traitershop, die hat mir Sachen gekauft und die mir gegeben. Meine Mama ist ein guter Dealer. Er hat gerade jemand seinen AK durchgeladen. Negativ. Nein, wirklich nicht. Ne, das ist nicht sein Büro. Das könnte sein Büro sein. Oh, hier wurde geschnetzelt. Wer ist das? Teddy. Teddy ist tot? Dann entweder Sonic oder Flutter. Hier liegt Merlin. Ist er noch mal geschnitten? Negativ. Okay, dann kannst du nur Sonic sein. Ja, eigentlich nicht. Ich habe einen Traitershop. Ja. Okay, nein, nein, nein. Ist es nicht. Ey. Reiz mal. Du verballerst ein ganzes Magazin. Und er trifft dich nicht, du triffst nicht. Keiner triffst den. Wolltest du hier den Raum dekorieren? Oder waren wir uns vorbeigeschotten? Alter. Sieht doch echt gut aus jetzt. Sorry, Flyke. Ich dachte erst, weil... Ja, ja. Was ist das so? Ja. Ich dachte jetzt echt... Ist es dann doch nicht, weißt du? Ja. Ich habe mich aber lange durchgehalten und einige weggemacht. Ach, wat? Hat mir keiner geholfen. Alter, da sind Blitze da draußen immer. Sind keine Blitze. Irgendwas helles. Aliens. 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 Detective. Aber auch die alten, die man noch auf dem Altenrechner gespielt hat. Hab ich auch schon sehr geil. Ich hab erst Enemy Unknown gespielt. Unknown. Annel. 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 Annel hast du gespielt. Sag doch gleich, dass du Anno gespielt hast. Das ist aber nicht klar so. Das ist Flutter. Anno-Fan bin ich nicht. Nee. Nee. Nicht so meins. Da hat's mir Hitler mehr angetan. Richtig. Aber meistens. Okay, gut. Das ist auch gut. Divi hat's mir am meisten angetan. Stevi ist auch so ne geileres Sau. So ne kleine, geilerartige Sau. Der geht richtig ab. Alter. Ein Kaninchen. Ein Warnschuss. Oh, Klos. Maldi. Direkt gefunden. Warte. Bombe, Bombe, Bombe. Warte. Wo, 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 wo. Banane, Banane. Hier klingelt's. Eine Banane. Hier klingelt's. Irgendwo unten. Definitiv unten. Vorne oder hinten? Ähm, in der Bibliothek könnte sein. Warte. Ja. Okay, dann halte ich Abstand. Alter. Nee, nee, nee. Ist vorne, ist vorne. Ist nicht in der Bibliothek. Möchte jemand in mein Büro kommen? Hallo, Alter. Hä? Oh. Wo ist denn die oben gegangen? Doch oben. Oh, Alter. Na sag mal. Was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Was denn? Oh, alle Volleyball. Ich muss kleines Bäuerchen machen. Wer traut sich? Wer traut sich? Ja, ich nicht, ne? Äh. Töne die Hände ist! Ah! Äh. Äh. Ich bin alleine hier, ey. Äh. Los, der spielt mit dem Tod. Achso. Ja, los, komm. Wer traut sich noch? Oh, sorry. Ja, ich war schon. Scheiße. Oh. Oh. Äh. Stevie ist das, Melon Launcher. Oh. Und hat nen Dead Ringer. Äh, hat nen Dead Ringer. Irgendwo hier ist er. Er hat gerade wen getötet? Er hat gerade Teddy getötet. Na, wo ist er? Ah, er hat sich dort wiederbelebt. Komm her! Schön. Äh, jetzt ist er. Finally tot. Mhm. Äh, wer hat gerade erschossen? Devil, du warst das, oder? Hm? Was? Du hast ihn gerade erschossen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt mein Schuss war. Aber ich hab auf jeden Fall mal Waffe erschossen. Ja, dann. Was machst du da an der Ecke? Flatter? Warst du gerade einkaufen? Ich bin gerade eben kurz da hingegangen, gucken, was für ne Waffe ist. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich war gerade eben ganz kurz da. Ja. Auch ne gute Ausrede. Ja, ne? Muss man sich mal merken. Nochmal ne Bombe? Nochmal? Alter, wie viele Bomben wurden denn hier gelegt? Na? Weil Flatter, Flatter hat sich dann schön in die Ecke gestellt. Also... Ich trau der Will jetzt mal. Mir kannst du ruhig vertrauen. Wer ist denn das da vorne? Ich bin mir unsicher, weil... Da hätte ich ja geholfen. Bei die Flatter und Atta. Also ich denke, es ist Flatter. Weil irgendwie ist er ziemlich suspekt. Flatter oder Atta. Wer ist das? Du hast ne Chance von 50% Atta, wenn du eh nur bist. Ja, dann mach ihn weg. Du hast ne Chance. Ich hab keine Chance. 50-50. Ich weiß nicht. Ob ich ihm trauen soll. Irgendwie juckt mein Finger. Ich mein, wenn wir ihn töten, können wir ihn ja wiederholen. Ja, stimmt. Mach du mal. Ich mach das nicht mit meinem Punkt. Ja, genau. Jetzt tut Atta ihn zum... Willst du ihn wiederholen? Ich würde ihn dann wiederholen. Also ist ne Anweisung, ich soll Flatter mal abschießen. Wo er liegt ein Punkt herum? Oder wie ist das? Er verliert weniger Punkte, wenn er ihn tut. Sind nur noch für drei, ne? Ne, sind noch mehr. Flatter müssen noch da sein. Devil ist aber safe. Ja, ich meine ja wie vier hier. Also die hier stehen. Ich traue sie nicht. So. Lass uns mal zusammenarbeiten jetzt. Theoretisch sind, können es nur noch Flatter oder Atta sein. Ja, oder du. Wir haben beide Stevie gemacht. Ja. Wer, wer ist beide? Devil und ich. Ja. Und dann... Hey! Wie ist denn der Wars? Ja, aber er ist es ja nicht. Hä? Wieso fängt ein so Lust zu machen? Jawoll. Atta was? Atta. Schlagg, du darfst. Ich hasse diese Double Barrel. Weil man da nicht anvisieren kann mit rechts, ey. Nein, die schießt ja gleich. Du darfst. Du darfst. Hallo? Na? Na? Ja. Jetzt wieder, ja. Ja. Du darfst. Achso. Sind wir schon wieder am Ende einer weiteren Folge. Oh Mann. Geht das schon geschehen? Oh. Wir danken auf jeden Fall für's Zuschauen. Unter den Videos seht ihr die Beschreibungen. Da sind ganz viele Links. Und diese Links führen zu den anderen Getspielern hier. Wäre schön, wenn ihr auch da vorbeischauen könntet. Ja, der aus. Und mit den Worten, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüüu. Tschüess. Tschüss. und